Der Bankdurchbruch muss geschlossen werden! Ach du Scheiß! War das ich? So, okay, wir machen, ähm, Brutkommandante eliminieren, bla bla bla. Los, ihr Narren! Wer zu lange lebt, ist gegen die Freiheit und Demokratie unserer wunderschönen Übererde. Heldenhaft bist in den Tod. Auf ins Gefecht! Ah, jetzt müssen wir unsere Ausrüstung wählen. Ich mach mal hier... Oh, Scheiße, äh... In dem Bildschirm können wir auch reden, ja? Ah, okay. Ähm... Musst doch deine Talente und deinen großen Kasten auswählen. Ah ja, da. Start initiiert. Ich hab ein Minitürbchen angebracht. Schießt uns. Schön drücken. Ein Demokratie-Schwender ist das. Auf! Wer zuerst stürbt, stürbt, frei! Uh, ah! Ich spüre unsere Demokratie! Jeder Bug, der am Leben bleibt. Und denkt dran, hör! Nehmt es ernst! Das sind Menschen! Ich wusste... Ich wusste das. Push and Talk ist bei meinem Heldensprung. Sekunden, ich wusste das ändern. Warte. Moment. Sehr gut. Mögen wir tapfer für die Demokratie aufrufungsvoll unseren Einsatz leisten. Bereit zu sterben für die Demokratie. Jawohl. Ist was! Achtung! Ah, da war nix, war nix. Bei der mittlere Maustaste kann man auch rein scopen. Ah, okay. Achtung! Okay, war nur ein Staubkorn. Alles gut. Ich seh hier nichts. Ein hässlicher Planet. Ein stinkender Planet. Ein Bug Planet. Da leuchtet was. Gegen Osten. Da leuchtet was auf Westen. Kontrollieren wir das erst. Jawohl. Äh, los Recruits. Z2. Kontrollieren. Ich hab was gefunden. Jawohl, Sir. So, soll ich das mitnehmen, Sir. Sehr gut, natürlich. Captain-Protokoll. Aha. Ah, sehr gut. Drei. Drei. Krass. Sehr gut. Was? Drei, was? Achso. Ja, das ist gut, ne? Oh, da ist eine, Achtung, eine Bug Patrouille. Auf Süden. Wir müssen da hoch und dann platzieren wir die Fässer, um sie auszumerzen. Ich darf jetzt nicht auf euch schießen, ne? Das ist nicht so gut, glaub ich. Passt schon. Wenn, dann sterben wir über die Demokratie. Oh, hier sind wir schon Kästen. Schmeiß den mal irgendwo hin. Kann man auch markieren irgendwie. Ach, kann man auch werfen? Okay. Ich bin so das weit. Oh, oh, das war doch falsche Knopf. Patrouille, kommt hinter uns. Hinter uns, ja. Für die Demokratie! Nichts kann uns aufhalten. Ja, schieß weiter drauf! Magazin leer! Magazin leer! Genau so. Komm, dann such mir das Ziel. Was war das jetzt? Ey, blauer Pin. Magazin! Auf 61, 60. Was machen denn Vorräte und was machen, äh? Munition. Munition. Ja, und es gibt doch auch Munitions-Drops. Das waren Vorräte. Zusätzlich. Die Demokratie füllt meinen Probenbehälter. Ist ein Sample gewesen. Ah. Wir finden uns jetzt im Zielgebiet. Ich glaub der CA, aber der hat den Riecher für die Insekten. Ja, wenn du Tapp drückst, siehst du es. Mein kleiner Finger zuckt. Wir sind ganz in der Nähe. Was ein hässlicher Planet. Geht. Was? Lasst die Demokratie schmecken! Woah! ich denke die rechte flanke zentrum vorrücken und aus langsam zurückfallen lassen schützen linie bilden wie wir zurück zur gruppe kreis geschlossen demokratie weiter zurückfallen lassen tempo beibehalten los los tempo beibehalten Zwei Minuten, Sir. Wachpositionen einnehmen. Jede eine Richtung. Greift zurück auf Taktik und Hüber. Delta Alpha Aldemar Deluxe. Das wird, als das alte Manöver gekannt werden. Munition alle! Jawohl! Geschichtsbüchte werden über uns schreiben, als die Helden von Stinkterra. Wie kann ich denn meine Taktikausrüstung wählen? STRG halten und dann muss die Richtungstasten drücken. Ankunftszeit T minus eine Minute. Und dann was? Die Richtungstasten, wie angezeigt. Ah ja, okay. Ne, und wie well ich es aus? Ich munter mich bei Verstärkung. Zum Beispiel runter, runter, hoch, rechts ist Nachschwung. Ach, über WSAD. Ah, über WSAD, okay. Ja, sehr gut, sie haben bestanden, Rekruts. Oh, Entschuldigung. Ja, los! Ich schmeck gleich nicht gut. Das hättest auch richtig. Demokratie hat's. Demokratie braucht Blei. Vier Sekunden, ne? Schattel kommt. Pelikan 1 von Patriot, der selbstlosen Einsatz ist, landet. Los, rein! Der beste Verlässt, das Schlachtfeld zuletzt. Los, B4! Ja, Gott sei Dank, ich hab euch den Rücken gedeckt. Sehr schön. Nur dank Ihrer Führung konnten wir übernommen. Wir sind der Einrichtung des Terminienkontrollen. Und wieder mal ein Einsatz, über den die Freiheitsdemokratie-Bücher schreiben werden. Die Annalen. Der unfassbaren Vier. Sie kehren zurück auf das Schiff des Selbstlosen- äh, Patriot des Selbstlosen-Einsatzes. Es ist zu episch. Es ist zu episch. Mindestens. Das waren genau 0,001% Vorschriften durch uns, Sir. Aber jeder war es wert. Jawohl. Nein, nein. Das ist, wie viel wir nicht geschafft haben. Also haben wir 99,09% geschafft. 0,90,09% yeah. Ah! Es ist so episch. Es ist unfassbar episch. Bis in die letzte Sekunde. Es ist so gut. Definitiv. Oh ja. Ja, weil meine Bush to Talk hast. Sind statistisch gesehen unmöglich. Was sind das denn hier? Das ist Ausrüstung, oder? Das ist erstmal egal, glaube ich. Da kannst du hier neue taktische Ausrüstung forschen. Und unter R kannst du Sachen freischalten, halt wie so ein Battle-Place. Ah, ich habe mir jetzt so Punkte, warte mal. 19 habe ich. Ich habe einen, vier. Ach, ich habe den hier geschafft. Du kannst auch eine Granate holen mit einem Totenschel drauf. Schrotflinte. Gibt es auch Farben, irgendwie, dass man Farben ändern kann? Nee, ne? Ja, ich glaube, das ist immer gebunden an die Ausrüstung. Ich glaube, ich sammle ein bisschen. Erstmal. Wo ist das mit dem forschen? Das ist hier. Direkt unter dem Propagandagedöns. Genau. Ah. Beim Schiffenmanagement. Wieviel kostet denn die, äh, Sentry? Oh, ich will einen Raketenwiffen. Antipersonen-Minenfeld. Oh, ja. Kann ich mir noch nicht leisten. Schade. Wo ist denn das Geschütz? Da. MG-Geschützturm. Das muss er vorhin kaufen. Oh, ja, Baby. Ja. Perimeter-Verteidigungswall. Gut. Seid ihr bereit? Eine weitere Mission muss... Sekunde. Nein, nein, nein. Ich muss mich nur ratzieren. Der wahre Patriot ist immer bereit. Weil der Tapferkeit hat begonnen. Sie und die anderen Helldivers müssen die Terminiden-Bedrohung einsammeln. Spunflinte. Ich probier's aus. Äh, machen wir weiter. Angels Venture? Nee, wir sind... Ja. Dieser Planet wird Teil der Barriere, die die Ausbreitung der Terminiden verhindert. Doch zunächst muss er von den Helldivers... Ist so cool, dass man das auch mal beobachten kann. Ähm. Ich kann da nicht draufdrücken. Kann ich da draufdrücken? Nee. Ich kann da nicht draufdrücken. Wir machen mal Mittel, ne? Ah, nee. Geht nur leicht hier. Ah. Kannst du noch nicht mitteln? Nee, geht noch nicht. Hey, Pops, bereit. Oh. Oh Gott. Ich muss brechen. Es geht los. Episch in den nächsten Einsatz. Oh Gott. Guck mal, hier sind sie alle. Ich hab jetzt ne Ausrüstung mit meinen Pins, die ich setzen kann. Äh, mach ich immer Radarscans. Sehr gut. Seid ihr alle bereit? Yes. Moment, 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 Moment. Freiheitscheck. Überprüfen. Spürt es? Oh ja. Es geströmt euch. Lasst es von euch Kontrolle übernehmen. Freiheit, los geht's. Haben wir schon ne Mission gewählt? Ja. 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 Hier steht die Durchführung. Okay. Bereit machen. Führt den Rhythmus, führt den Blues. Die Demokratie führt uns zum Sieg. Freiheit. Die unkontrollierte Ausbahn endet heute. Die unkontrollierte Ausbahn endet heute. Gibt's auch ne Taschenlampe? Hier ist ein Getränkautomat, mit dem er weggehen kann. Ich muss mal die Musik leiser machen, auch wenn sie episch ist. Er kennt ein Automat? Äh, 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 Dingsautomat. Wo? Ah, ja. Freedom, äh, Demokratie. Was gibt's denn da? Freedom Light? Ist da die kostenlose Pizza drin? Die Demokratie mir geschenkt hat. Oh ja. Das ist, äh, eine Anti, äh, oder Anti-Demokratie. Eine Anti-Bug-Rifle. Alles so Rifle. Ah, guckt mal auf die Karte jetzt. Dann könnt ihr die Gegner sehen in der Nähe meines, äh, Team-Akiens. Äh, ich hänge fest. Halt. Ja, ich bin. Das natürlich hänge ich nicht fest. Gut, dann geht's los. Wo? Sehr gut. Kotzbugs. Ekelhafter Abschaum. Okay, auf die Entfernung treffen. Ich hör was piepen, piepen hier. Wir haben hier, äh, zu meiner, kann ich hier irgendwie markieren? Äh, Kuh. Hab was gefunden. Kennzeichne Position. Ja, die Dinger, die müssen wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Ja. Oh, hier ist ein Spuckbuck. Okay, ich hab sie. Hier sind Spritzen. Munition, Granaten. Drogen, hier sind Drogen. Sehr schön. Äh, ist einer rausgef... Wer, wer, wer hat die Demokratie verlassen? Der Ciavo bestimmt. Oh nein. Kontakt auf ein Uhr. Hat jemand einen Orbitalstrike dafür? Jawohl. Alter, ich, ich hab schon. Fordere Offizalschlag an. Fordere Offizalschlag an. Okay. Wie schmeckt euch, Demokratie? Doppelzett. Wir haben aber alles getroffen, nur nicht, dass wir es so treffen sollten. Ähm... Ich hab das Loch gesprengt. Achtung, sie kommen. Zentri, du orderst. Der Freitagssäum kümmert sich um das Wackloch. Ah, ich bin gesäuret. Wie schmeckt euch die Freiheit? Ja, wie schmeckt euch die Freiheit? Sehr gut. Wow, wow. Oh, was war das? So, ein bisschen zu viel Freiheit, würde ich mal sagen. Nein, es gibt nicht zu viel Freiheit. Oh Gott, ich komm jetzt bestimmt direkt vor das Freiheitsgericht. Ich hab mir die Granate mal genauer angeschaut. Wolltest wir gucken, wie der, wie der, wie der, bin... Oh, guck mal da, eine Kanone. Sollen wir da mal hin oder sollen wir zum Punkt? Weiß ich nicht, Sir, entscheiden Sie. Wir untersuchen diese Basis. Das sieht noch sehr viel Freiheit aus da. Und Demokratie. Wir müssen für die Demokratie erforschen. Aua. Was ist nochmal Spritze nehmen? Äh, v. V. Ah ja. Die Freiheit kam für diese Menschen zu spät. Ah ja, hier. Hier ist ein Terminal. Ja. Ich werde es mit meiner Hightech, äh, finde und sammle Proben, diese Ressourcen. Oh, oh. Schießt mich jetzt auf unsere anderen? Sief Artillery Munitionsständer. Artillery Munition laden. Null von... Eins von drei. Äh. Wir müssen Munition nachladen irgendwie. Ich hab das Paket. Ich hab Munition gefunden. Sehr gut. Wir geben dir Deckung. Können wir hier ein demokratisches Geschütz aufstellen? Ich glaub, die Munition muss hier unten rein. Ich guck mal. Es lädt noch auf. Ich glaub, die Munition... Hier ist der Loader. Und hier ist auch nochmal Munition. Freiheitsprojektive werden geladen. Ja, und jetzt drücken. Können wir noch mehr Munition? Aha. Ah ja, wir können noch mehr laden. Noch drei. Ich glaub, das ist ein bisschen too much für die Missionsschwierigkeitsgrad. Mann, ist das duster. Ich glaub, wir müssen uns beweisen, um höhere Schwierigkeiten. Kannst gerade ab, ähm, reinzuschalten. Ich hab das Paket. Und hier ist auch noch eine. Ja, haben wir. Wir sind noch teilweise hinter den Kisten. Das sind auch unterschiedliche Munitionsarten, ne? Ja. Vielleicht. Wir werden's sehen. Ah, hier. Ich hab das Paket. Hier ist die letzte. Patrouille, Backpatrouille. Auf, äh, 45. Wurzelt das Computer-Terminal. Ja, drück drauf. In Deckung. Was macht das Terminal? Ich musste das jetzt irgendwie kalibrieren? Aha, okay. Achtung! Ja. Oh, Mist. Stellung halten. Wir brauchen Munition. Ich ordere, ich ordere ein Geschütz. Hat jemand noch Munition zu ordern? Mach ich. Ja, bitte, auf ihn halten. Ob ich jetzt schweige zum Setzen. Ordere Torre, der Mann. Ja, bitte, Geschütz. Das hier ist Elemo-Position. Schade, der wurde gerade lustig. Dann weiter zum Ziel. Ich hoffe, es kommen noch mehr Gegner. Davon trau mich jeden, jeden Abend mein, mein Sohn. Auch drückt links. Großer Back auf 60. Nichts. Ja. Sekundär ziehen nach eurer Position. Er zerlegt. Nur ein toter Back ist ein guter Back. Den Spruch habe ich gerade erfunden. Ich habe eine Probe. So, hier sind wir am Ziel. Ach, nichts, was Granaten nicht lösen können. Was sollen wir jetzt hier machen? Ach, wir können die Sea-Fartillery jetzt rufen. Fünfmal. Ach, nice. Timer an Mild. Das werde mich in meinen Age of Cone mit den Pfeilen. Und los geht's. Aber wir sollten den Fins bereit machen. Oh, oh. Ich mache das. Ich mache den Scan-Bereich. Lade, nice. Ach, lade, na. Ja. Oh, ich achte wirklich. Ja, genau. Du kannst die rufen mit Steuerung. Fünfmal. Er lebt noch. Oh, der Orbital-Schlag hat. Ah, öh. Ich kann doch einmal Skigewehr rufen. Ja, ich habe auch schon eins gerufen. Ich habe schon eins gerufen. Okay. Ich habe jetzt hier gerade den Orbital-Schlag bereit, aber es kommt nichts mehr. Noch kommt nichts. Dann zum nächsten Punkt. Ich höre Abschaum. Jawohl. Ich habe was. Ich höre Abschaum. Rekrute. Beili. Da sind Ziele. Ja, sehr gut. Boah, es wird wieder so duster hier. Ich sehe wieder gar nichts. Hinter uns Patrouille auf, äh, 180. Ich höre was auf 300. Letztes Nachladen. Weiter vorrücken. Wir müssen den Canyon-Engpass erobern. Jawohl. Äh, Orbital-Schlag ist auch wieder dringend. Gibt es denn hier Taschenlampen? Ne, ne? Äh, wenn du noch eins zielst, hast du eine leichte Taschenlampe. Ist ja so eine Horrorspiel-Taschenlampe. Essentielle Taktik-Ausrüstung verfügbar. So, wie geht er mit dem Scanner? Mach ich das auch mal? Oder so. Essentielle Taktik-Ausrüstung nicht länger verfügbar. Tja, muss der Mission-Belle getreten. Wir müssen den rufen, glaube ich. Ich mach mal. Ja. Äh, ist das das SOS? Ne. Ist das SOS? Ne. Wie kann man denn die Verstärkung rufen? Verbündete Zerstörer in dem Geschwader. Helldiver-Einsatz im Kampfgebiet. Ich gehe am Terminal. Ah, ist gut, dass wir haben einen Nachhinein. Ich war die ganze Zeit jetzt in der Lobby und dachte mir, ich war ein bisschen fertig. Ne, du kannst einfach wieder reinspringen, glaube ich. Bark ist an. Die Toilettenpause vorbei für die Demokratie. Ja, ich hab mich ein bisschen verlaufen. Ich brauch Deckung. Orientierung ist nicht meins. Ah, Schrottwitte. Boah, ist das hübsch. Richtig hübsch. Ich hab jetzt einen Rucksack, mit dem ich euch Vorräte geben kann. Sehr gut. Ruf das Geschütz schon mal rein. Demokratie. Demokratie. Boah, ja. Bei den Brücken könnt ihr euch jetzt Munition holen. Bei deinem was? Bei deinem Brücken? Wie denn? Ach, ne, ich muss es euch geben. Warte. Ja, oh, komm mal, wir sind in alle Richtungen schießen. Danke für die Demokratie, Zierbo. Ich glaub, die Geschütze können uns auftöten, oder? Ja, ja. Oh Gott. Wird hier niemals passieren. Muss ich dann hinwerfen. Das hat ja im Tutorium schon so gemacht. Ja, stimmt. Ich war in der KD-Move. Kadett Aldemar, haben sie das Training durchgeführt? Natürlich. Kadett ist nur ein Tarnnamen. Ich hab den schönsten Heldensprung von allen drauf. Hääääh! Häääh! Oh. Ich muss meine Hackfähigkeiten benutzen. Häääh! Verteidigt mich, ihr Lappen! Jaaaaaaah! Hau für den Ort! Sind wir fertig hier? Oh, das war was nah. Ich bin am Terminal! Boah. Der Bankdurchbruch muss geschlossen werden. Wer hat die Mediatumwaffe? Ach du Scheiß! War das ich? Jetzt müsst ihr mich hochprüfen gehen. Ja, okay. Was sollen wir denn machen? Hier, drücken. Ich geh ans Terminal! Ich geh ans Terminal! Gib mir Deckung, gib mir Deckung! Ich bin am Terminal! Kommt nur! Nimm Gas! Ah, jetzt erfolgen. Also war in dieser Artillerie eine Atombombe drin, oder was? Ja, da stand Mini-Atombombe. Mini-Atombombe? Es waren doch unterschiedliche Granaten, die wir reingelassen haben. Anscheinend schon. Weiter geht's! Weiter geht's! Ich bin eigentlich auch so blutig? Ja, ich bin auch blutig. Ist bestimmt dein Blut. So lang, dass es nicht dein Blut ist. Hier, A3, lad mal nach. Ja, los, Axolm-3! Der hat keine Munition mehr. Nö! Ich habe eine Pistole. Die undiokratische. Kann man die Granaten noch länger anlassen? Ja, geht! Ja, wenn ich zu lange... Es gibt keinen demokratischen Tod, als mit der Granate in der Hand in die Gegner zu laufen. Mhm. Wie so eine Wunderkerze. Das ist einfach so ein schöner Planet. Schaut euch das mal an. Oh ja. Nimm mal einen tiefen Zug. Dann wachsen direkt Pilze aus deiner Nase. Ja, ich wache. Ich liebe den Geruch von vierfach gefilterter Luft am Morgen. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Riecht ihr das? Ah, Ozon. Filterungsanlagen. Ist der da oben noch? Ach ne, ich kann nachladen. Achso. Wir müssen jetzt evakuieren, das ist wichtig. Jawohl, Sir. Es sind einfach viel zu wenig Bugs hier, als wenn sich das lohnen würde, hier zu suchen. Ich will weg von diesem stinkenden, dreckigen Bugplanet. Das ist eine geile Stellung hier. Los, äh, Z2, äh, Barker aktivieren. Die lohnen sich nur aus, oder? Vordere Vorräte an. Ja, die schlafen nur. Vordere Evakuierung an. Ich glaube, das Geschütz bleibt auch nur über Zeit, ne? Dann warte ich damit noch. Evakuierungsanfrage bestätigt. Trittel im Anfragen. Trittel im Anfragen. Jetzt kommen wir zu einem demokratischen Heldmoment. Haltet die Stellung. Riecht ihr sie auch? Riecht ihr sie auch? Riecht ihr sie auch? Ankunftszeit? D-minus 1 min. 30 sek. Und los geht's. Passt auf die Baxe in den Bäumen auf. Tötet alles, was Alte mal durchlässt. Nichts meinst du. Ich hoffe es ist keine Atombombe. Ja, diesmal ist er auch. Ja, genau. Kontakt! Was ich mit den Schub fliege. Ja. Los, los, los! Einsteigen! Demokratie! Los, los! 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 Vielen Dank.